So und weiter geht es bei Let's Play MotoGP 2013 So wir haben neue E-Mails, wahrscheinlich die Teamvorgabe, oh dritter Platz, okay Sie bleiben am Boden nach unserem nächsten Sieg, äh letzten Sieg Okay, ähm, wo geht es denn hin? Nach Brünn, oh, da kann ich was erzählen, ich war in Tschechien Vor zwei Wochen ungefähr auf Abschlussfahrt Ja, Abschlussfahrt, am Anfang der Schule hast, ich weiß Ja, und zwar war ich in Prag, also nicht weit von Brünn Naja, ein Stückchen Ist schon weit weg Ist schon ziemlich, aber ist halt in Tschechien Ja, Prag war wirklich schön Ein, äh, fünf Tage Abschlussfahrt, also Wer einen Abschlussfahrt plant, Prag ist wirklich zu empfehlen Ist wirklich auch eine schöne Altstadt So, jetzt Geht jetzt mal Anzurennen, ja Dritter Platz könnte eigentlich, ich kenne die Strecke zwar nicht, aber So könnte es eigentlich was werden Wenn ich die Strecke gut hinbekomme Und vor allem bin ich jetzt auch schon wieder eine Zeit lang Kein MotoGP gefahren Das kommt ja auch zu, in zwei, drei Wochen circa Bin ich kein MotoGP mehr gefahren Naja Aber wenn sonst alles passt, die Strecke schaut ja gar nicht mal so schlecht aus Ist da ein guter Platz schon möglich So, schau mal Und ich habe mir überlegt, wenn die Saison vorbei ist, die da oder noch ein paar Rennen Dann gibt es erstmal eine Pause von MotoGP Und vielleicht wird dann in der Zwischenzeit mal die erste Formel 1 Saison kommen Das heißt dann auch erst, dass erst nächstes Jahr mit MotoGP erst wieder weiter geht Sprich so, ähm Denk mal so Januar, Februar wird es dann erst wieder mit MotoGP weiter gehen Bis ich halt die erste Saison von der Formel 1 hinter mir gebracht habe Das dauert schon eine Zeit Wie viele Monate wird es denn dauern, ja Ja Na, dauert schon vier, fünf Monate Ja, der schläft Ja, nee, Februar Ja, Februar wird es dann schon werden Ich denke, das schaffe ich Dann gibt es ja mal In der Woche Wow Dann gibt es ja mal eine Woche mehr, ne Februar hätte ich das dann schon gerne Wieder Fertig Die Formel 1 Staffel So Das wird natürlich jetzt noch nichts Wow Wow, Teamkollege Das war nicht nett, das war nicht nett Erstmal die Strecke wieder kennenlernen, beziehungsweise Oh, das Spiel kennenlernen wieder Das verliere ich ja natürlich auch wieder recht schnell So, hier sind wir aber viel schneller Also wir bräuchten so Platz 5 hier bräuchten wir locker, dass wir das Ziel erreichen können Müsste ich Platz 5 ausreichen Aber dann müssen wir erst mal Platz 5 schaffen Wow, 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 wow Nicht ins Gras Nicht ins Gras So Schau mal Kriegen wir ihn nochmal? Hat der gerade doch einen Windschatten? Willkommen näher Willkommen näher Willkommen näher Willkommen näher Und wir sind gleich vorbei Nächste Kurve haben wir ihn, glaube ich Ja, nächste Kurve haben wir ihn So Ich hoffe mal, dass die Zeit einigermaßen gut wird Ich will Samstag eigentlich nie so viel Bei so einem langen Park machen, ne Aber ich kenne die Strecke nicht Also eigentlich wäre es müde, wenn ich ein bisschen fahre Aber dank der Minimap geht das einigermaßen, ne Aber ich werde jetzt gleich mal in die Box fahren und schauen, warum die anderen so schlechte Rückenzeiten haben Oder hat sich da irgendein Schwierigkeitsrad geändert Müsst ihr mal schauen Müsst ihr mal schauen Oder eigentlich Müsst ihr immer noch aufs Schwer spielen Wow, 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 nicht drunter fallen So Eigentlich müsst ihr immer noch aufs Schwer spielen Kann eigentlich gar nicht sein Aber um die Stelle habe ich nichts Hm, komisch Ich bin aber jetzt nur noch zweiter So, jetzt gehen wir mal in die Box So, das Mutter hat es bestätigt, Reparatur Okay, dann schauen wir mal schnell, wo wir sind Dritter Das dürfte ja nicht reichen Aber die anderen sind irgendwie noch keine Zeit gefallen Ich weiß nicht, warum ich so gut bin So, vor springen E4 Ja, wir fahren gleich zurück Okay, ich sage nichts mehr Die anderen sind einfach zu dumm gewesen Und haben keine Zeit gefahren Okay, wir fahren noch mal raus Wir fahren definitiv noch mal raus So Weil 13. Platz geht nicht Wir müssen so mit So 5, 6, 7, müssen wir werden Dass wir den 3. Platz erschaffen können Wir müssen ja 5. werden Also 5. wäre mein Ziel Aber wie ich das schaffe Äh, glaube ich eher nicht Die letzte Strecke in Indianapolis Weil es glaube ich Die hat mir einfach gelegen Die habe ich schon Ein paar mal hier auf diesem Spiel Äh, bei diesem Spiel hier gefahren Aber Ja Die hier nicht Brinnen irgendwie nichts Ja Hier glaube ich habe ich zu früh gebremst Ah, aber Bestzeit Mit dem Motorrad ist auch wesentlich mehr drin als mit dem letzten, muss ich auch zugeben. Auch wenn wir oft das Potenzial für diesen Motorrad nicht wirklich ausschöpfen, weil wir einfach noch nicht so gut sind. So, jetzt werden wir hier ein bisschen aufgehalten, aber wir kommen schön vorbei. So. Gut. Kommen wir hier an Rins vorbei. Nee, kommen wir noch nicht vorbei. Aber jetzt müssen wir dann vorbei, dumm. So leicht verbessert. Wow, wow, wow. Da kommt man weit raus. Das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Und reicht für die Pole. So, jetzt schauen wir schnell, ob das auch wirklich für die Pole reicht. Glauben Sie mich nicht. Boah, es reicht. Auch wenn die Abstände extrem gering sind, es reicht für die Pole. Ja, und dann sehen wir uns morgen beim Rennen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh, klappt.